Das ist Anna aus Deutschland, Flüchtling, sicherlich mit uns in Klaas. Herzlich Willkommen, Anna. Ich habe so Angst, wenn ich mein Papa wünsche. Ja, und vor dem? Und vor dem Anstecker. Was ist denn nichts aus, Flüchtling zu sein? Doch, aber ich finde es doch ganz interessant. Die Juden müssen doch immer alle die Besten sein, oder? Letzten Dienstag sind sie da mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Kannst du dich an Professor Teitelbaum erinnern? Da haben sie ihn in einer Hunde zwinger gesperrt und ihm eine Eisenkette angelegt. Wissen Sie, man geht nicht zum Vergnügen ins Exil. Du liebst das Land, wenn du Kind warst. Du liebst die Menschen, du liebst die Sprache. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mann hat Gewalt. Du bist dann sehr traumatisch für kleine Pässe. Da brennt ein warmes Kleines nicht in deinem Herz, Anna. Schütze es. Lass nicht zu, dass es von irgendjemand oder irgendwas gelöscht wird. Blöd, dass ich den Hund mitgenommen habe. Ich vermisse mein Kaninchen. Ich vermisse mein Kaninchen.